Meine Damen und Herren, liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde, endlich, endlich ist es wieder so weit. Die jüdischen Kulturwochen in Hanau beginnen schon bald. In 2019 haben wir die Kulturwochen ins Leben gerufen, sehr passend, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, nachdem in 2020 die Pandemie begann und die Kulturwochen auch direkt wieder pausieren mussten. In 2021 dann das große übergeordnete Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben, das wir auch in Hanau mit vielen Veranstaltungen begangen haben. Aber jetzt, jetzt ist es endlich wieder so weit. Die Kulturwochen gehen weiter, zwölf Wochen, 16 Veranstaltungen von September bis Dezember, einmal quer durch die Stadt von Vorträgen über Lesungen von Film über Musik bis zur Teilhabe am aktiven jüdischen Leben hier in der Synagoge. Wir glauben, es ist für jeden etwas dabei und weil uns Corona leider immer noch begleitet und das Programmheft zwar mit gutem Willen und viel Hoffnung gedruckt worden ist, finden Sie tagesaktuelle Informationen zu den Veranstaltungen und mögliche Änderungen jederzeit online unter www.jüdische-kulturwochen-hanau.de Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020